So Freunde, willkommen im Gefängnis und bei einer neuen Folge von PainterTownRed. Ich will mal kurz Mission, Chance, Musik, Musik, Audio. So, die Musik ist viel zu laut. So, ich bin im Gefängnis, wo bist du? In meiner Zelle. In deiner Zelle? Oh, das Gefängnis ist wahnsinnig groß. Hi Werther, guten Tag Herr Werther, wie geht es Ihnen? Ey, hier, Knüppel gerade, wer hat da so ein Flüchtling? Ach, Flüchtling sage ich, Häftling. Flüchtling. Oh, es geht ab, komm, boxen mit dem, Alter. Oh, jetzt ist hier Aufstand, Alter. Jetzt ist Aufstand im Gefängnis. Jetzt ist Aufstand, ey. Er ist natürlich auf die Bullen. Weißt du, wir helfen dem, jetzt knüppelt er mich auch noch. Boah, Junge, ich habe den Bullen mit dem Schlagschluck 2 geteilt. What the fuck? Oh, Gott, ey. Ich habe den voll verletzt, der arme Runde. Die Zahnbürste, die zu einem Messer gebaut wurde. Nein. Doch. Echt, wo das denn? Wo bist du, Baum? Ja, hier, wo wir den geschlagen haben, da bin ich noch. Boah, ich habe den erstochen damit, Junge, was ist das denn? Krass, du bist ein richtiger Fiesling. Richtigen Hals, Junge, assozial. Krass, heftiger Typ, ey. Guck mal, hier, hier liegt der Polizist. Was bist du denn für einer? Ich glaube, das sieht man nicht, ne, schade. Da liegt die Zahnbürste doch. Guck mal, die liegt auch hier, der nice. Boah, Junge, das ist ja voll gefährlich, ey. Krass, die Zahnbürste, voll übertrieben, ey. Mit einer Zahnbürste, Alter. Die erledigen echt alle mit einer Zahnbürste. Ich kann sie hier in jede Zelle fast fangen, äh, fangen, finden. Boah, zerfleischt, Junge. So, gleich das ganze Gefängnis, ey. Wir übernehmen die Kontrolle. Der hat einen Elektroschocker gehabt. Ja, hat er bestimmt irgendwo aufgehoben. Was ist denn mit Tieren? Hat er wortet, was hat der, was das denn, also, was hat der denn da aufgehoben? So, da, Elektroschocker liegt da noch am Boden. Boah, was ist das denn, Alter? Leckt voll. Boah, was, wie scheiße das läuft. Oh Gott, Alter, es kommen alle hier rein. Was soll das? Warum kommen die hier rein, die Hunde? Ich sehe nichts mehr, es leckt nur noch wie Sau, ey. Ich gehe mal hier raus, ey. Bei mir aber auch, Junge. Boah, ich habe auch kaum Leben noch. Box, 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 ey. Ich muss mich nur mit so Mike Tyson hier durch die Gegend boxen, Alter. Oh, der hat mich geboxt, der Sack, ey. Was soll das denn? Ball kann er auch nehmen, Alter, zum Schlagen. Okay. Wow. Smite ready, was ist das denn, Alter? Eine Platte. Ne. Voll elendig, ey. Was ist denn Smite, Alter? Keine Ahnung, Alter. Oha. Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn gewesen, Alter? Zerfleischt er die da, Eiskalbe. Gott, ich brauche erstmal hier eine Zahnbürste. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich muss hier eine Zahnbürste. 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 Ist hier eine? Alter, wo sind die ganzen Zahnbürsten, wenn man die braucht? Die Häftlinge haben echt eine mangelhafte Hygiene, ey. Da liegt irgendwie Geld, oder was ist das? Geldschein. Damit kann ich auch noch draufhauen. Alter, wollt ihr mich verarschen, ey? Zu zweit gehen die auf mich drauf, die Hunde, ey. Wichser, ey. Ey, Bulle, ich will dir nur noch helfen. Ich töte hier die Gefängnisinsassen, ey. Der geht auf mich drauf, ey. Der Flur ist echt blutig, Alter. Boah. Boah, ich bin auch blutig, Alter. Ich bin fast tot. Alter, der ist richtig böse gewesen, der Typ, ey. Der hat mich richtig kaputt geboxt. Ich kann ja die Kamera ändern. Ich sehe gerade, da lässt gerade einer die Seife in der Dusche fallen. Nein, ehrlich. Nein. Scheiße. Da guckst du natürlich gerne zu, ey. Alter, der hat schon gar kein Gesicht mehr, der Typ, hier, Alter. Der ist voll kaputt, ey. Dein Gesicht ist voll zerstört, ey. Ich seh dich nicht, Alter. Ich bin in diesem Aufenthaltsraum. Boah, ich muss hier weg. Alter, was dachte du für ein Babo da, Alter? Voll unfair. Warum sind da so große Wichser dabei, ey? Mann, ey. Ich habe keine Waffen mehr. Ich habe noch einen halben Zentimeter Leben, ey. Wo gehst du da oben? Herzlichen Glückwunsch, ey. Ich schaue nach den Zellen nochmal, ob da irgendwas ist. Ich beobachte dich. Da liegt doch eine Zahnbürste, unten. Da kommt dir einer hinterher, um einen roten Kopf, ey. Oh, der hat einen Helm, ey. Was geht ab, ey? Oh, wie das aussieht, wie so die Knüppel. Scheiße. Alter, der hat mich getötet. Ja, toll, ey. Herzlichen Glückwunsch, ey. Wie war's denn? Kills 41 von 73, ey. Toll, ey. Okay. Dann spielen wir mal in der nächsten Folge weiter und gucken mal, was wir für ein anderes Szenario spielen. Bis zum nächsten Mal bei Painted On Red. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde. Dankeschön, Freunde.